hey leute euer openbeta hier bei den nächsten kurzen clip den ihr sehen werdet ist leider mein mi group nicht dabei gewesen weil es war eigentlich gar nicht geplant aufzunehmen und auf einmal wie aus dem nichts wir dachten die runde der irgendwie noch ganz am anfang und plötzlich sind wir mittendrin champion zu werden und so habe ich dann meinen ersten champion gekriegt und das wollte ich euch einfach nicht freunde halten auch wenn es mega low war und total spontan ich hoffe es gefällt euch wir sehen uns beim nächsten mal und jetzt viel spaß mit dem kurzen clip zurück 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 zurückseat zurück 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 Das ist ein guter Knopf. Das ist ein guter Knopf. Das ist ein guter Knopf. Ja, der kann nirgends hin. Das ist ein guter Knopf. Das ist ein guter Knopf. Das ist ein guter Knopf. Das ist ein guter Knopf.